Das Leben eines Schweines Süß, wie es da rum steht Es guckt uns an, als würde es sagen Ich sehe dich Das Schwein hat nicht viel Zeit zu lieben auf der Erde Denn die ganzen Menschen essen viel zu viel Fleisch Nein, natürlich nicht Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Minecraft Ja, und wir sind hier immer noch im Bogenbaurausch In Folge 6 oder 7 jetzt mittlerweile schon Ich weiß es gar nicht mehr Ähm, ja Wir bauen weiter den nächsten Bogen Unglaublich Unglaublich aber Unglaublich aber wahr Nein, nicht nach oben Falsch, falsch, falsch Ich hab's doch gerade erklärt Noch keine 2 Sekunden mehr So, und die Sonne geht unter Und wir sehen schon wieder gleich nichts hier Und ich hab die Fackel weggeworfen Na toll, super Ah, da ist ne Fackel Ähm Mal eben hier austauschen Zwischen ihm hier Fackel Hallo? Ach nee, ist ein Hebel Wo ist denn die Fackel hingefallen? Ich hatte hier vorhin ne Fackel Mein, komm her Ähm Da, doch, ich hatte doch zwei Fackeln im Inventar Ah, wusste ich's doch Fliegen Juhu So So Jetzt sehen wir auch Bisschen mehr Mein Gott, ist das spannend gerade Wow Minecraft kann so spannend sein Ähm Ich glaube, ich habe jetzt den Dreh raus Hier mit dem Ähm Mit dem Bogenbau Ich hoffe es zumindest nicht Dass ich jetzt hier groß blubbel Und nachher Ja, ja, guck mal Der Blödmann Weißt du, erzählt er vorher noch so schön Der hat das voll drauf, ey Und guck mal Dann verbaut er sich, der Ochse Na Nein, ich hoffe natürlich nicht Ähm Ja Ja Das ist doch schon falsch Ich seh's doch jetzt schon Das ist doch schon falsch Hundertprozentig, oder? Moment Aha Nee Gar nicht wahr Gar nicht wahr Genau Gar nicht wahr Das ist richtig Huch Das ist vollkommen richtig Ja Das ist vollkommen richtig gebaut Ja, auf jeden Fall Das lasse ich nochmal offen Ich bin mir nicht schlüssig Ob wir da ein Dings einbauten Eine Lampe oder so Hehehe Die ganzen Hater schon wieder hier Die haben sich schon wieder die Hände gerieben Und schon wieder gesagt Hey, guck mal Der verbaut sich Der verbaut sich mal wieder Ähm Ich glaube, das ist falsch, ne Oder? Bin mir da nicht ganz sicher Scheiß, Fackeln muss jetzt erstmal weg So Ähm Schauen wir mal Also, der obere muss natürlich bleiben So, der weg Der weg Der weg Hallo Der weg Der weg Nee, ist richtig Ist richtig Ist richtig, ihr Hater So Genau Sehr schön Zack, 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 zack Ganz schön Ganz schön duster hier Geworden In Minecraft So Zack, zack, zack Zack Zack, zack Äh Ja, ist glaube ich richtig, ne? Ja, ich glaube schon Ich glaube schon Ich glaube schon So, so Wow Wow, wow, wow Wow Ma, ma, ma Oh La, 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 la Ma, ma, ma Oh Da gab es noch ein cooles Lied Das höre ich immer noch sehr, sehr gerne Ähm Nein Das lasse ich jetzt erstmal weg hier Denn Ich werde jetzt erstmal anfangen Hier oben den Flitzebogen zu bauen Ja Einer noch Einer noch So Dann hier Na Tja, 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 tja Tja, 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 tja Dum, 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 dum Und im Hintergrund kommt wieder die tolle, beruhigende Musik Hä Bop, bop, bop Die Ente Bop, bop, bop Dün, 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 dün Dün, dün Wow Da sitzt Udo Jürgens am Klavier Glaube ich Und Äh, äh Streicht uns einen vor Ja Jetzt fragen sich einige Mhm Wie? Klavier? Streichinstrument? Ja Klaviere werden gestrichen Meistens schwarz So, ähm Wunderbar Jetzt haben wir auch wieder Licht hier in der Bude Meine Güte Meine Güte Sehr schön Wow, wie viel Zeit das jetzt schon in Anspruch genommen hat Bin jetzt schon Ganz schön lange hier unterwegs Wahnsinn Das ist Wahnsinn Ich hoffe euch gefällt das Wie gesagt, also schreibt ruhig fleißig Kommentare Würde mich echt interessieren Und mich freuen Weil Das interessiert mich wirklich Ob euch das interessiert hier Wie das aussieht Ob das richtig toll wird Oder so Und ihr dürft natürlich auch selbst mal entscheiden Wenn ihr mal irgendwie was Haben wollt Oder was Wenn ihr sagt Pass auf Da hinten irgendwie so Der Bogen oder so Da könnte man vielleicht doch mal bunte Steine machen Probieren wir das gerne aus Also Wie gesagt Ich bin da ganz Ich bin da ganz offen Für Ähm Ähm So, ja Das musste mal gesagt werden Also So, da haben wir den jetzt Naja, wir müssen ja Stimmt ja Ich muss ja noch den Ich muss ja noch den Den Fuß bauen Habe ich ja noch gar nicht gebaut Zu hoch, zu hoch So Äh Zu hoch Das sieht gut aus Sehr schön So Zack 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 Äh So Die Ente fühlt sich glaube ich da unten wohl Oder Oder ist das keine Ente Ne, das ist ein Schaf, ne Das Schaf fühlt sich glaube ich da wohl Was so toll aussieht So Supi Das sieht klasse aus Das gefällt mir richtig gut Ich hoffe euch auch So Ja Dann kommt dann natürlich nochmal hier so ein Bogen hin Oder beziehungsweise so ein Fuß Genau Sehr schön So Dann wollen wir das mal zubauen hier Dann haben wir den auch schon Den Bogen auch schon fertig Ich werde bekloppt Ich werde verrückt So toll So toll gemacht Wahnsinn Nicht gedacht, dass ich so kreativ bin Also jetzt so vom Kreativmodus her Also Ich hätte gedacht, das artet irgendwie so einer Bunten, schrillen Bude aus Die irgendwie gerade mal Zwei Zentimeter hoch ist Aber Dass ich das so Obwohl ich war eigentlich schon immer ein kreatives Köpfchen Damals schon mein Grundschullehrer immer zu mir gesagt Ja Sascha, du bist schon immer ein kreatives Köpfchen Ja Und wirst auch immer sein So Und du wirst immer irgendwas Handwerkliches machen Als zum Beruf Mhm Sieht man ja jetzt Ähm So Sehr schön Toll Ja Ich bin es gerade am überlegen Weil wir haben ja da Mhm Den Dings gebaut Ich könnte mir vorstellen, dass wir hier Aber dann sieht das hier wieder nicht aus Oder beziehungsweise sieht man ja eh nicht, ne Aber dann wird das mit dem Dings nicht passen Egal, Karl So Äh Ne, das ist falsch Auch falsch Ähm Der So Mein Gott, ist das toll Das gefällt mir richtig gut Also ich Kann mich gar nicht satt daran sehen Ich hoffe, wenn die Folge rauskommt Und ihr die seht Findet ihr das auch so toll Und so cool Ja Wahnsinn Wahnsinn Unglaublich So, was haben wir denn gesagt Äh Wir fangen an mit Hellblau, ne Genau Mit hellblau fangen wir an So Ich glaub, die Reihenfolge stimmt gar nicht mehr so richtig Dann fangen wir mit dunkelblau an Ja Dann kommt grün wieder Äh So, dann kommt wieder hellblau, ne War doch wieder Thema Hellblau war wieder Thema Dann kommt wieder dunkelblau Dann kommt wieder grün Genau Wunderbar Sehr schön So Toll Toll, 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 toll Toll Reflex Wie du das gebaut hast Da hinten geht die Sonne auf Glaub ich Oder Ja Wow Das sieht so toll aus Unglaublich Ist richtig schön geworden Gefällt mir richtig gut Bis jetzt Ja Wahnsinn Wahnsinn Ja und diese Fläche da Die ich da gebaut hab Die werden wir jetzt hier auch bauen Ich glaub schon Dass wir die hier mal Bauen werden Ich weiß nicht Vielleicht kann man da was pflanzen Oder so Irgendwie So ein paar Blümchen Huch Hallo Obwohl die Breite stimmt ja eigentlich, ne Die müssen wir ja eigentlich hier hinknallen So Genau So, wunderbar Wunderbra Steine auch noch hin Sehr schön Ähm Huch So, so, so Und so Lalalalalala Ich bin echt mal auf eure Ich bin echt mal auf eure Kommentare gespannt Und unten läuft das Hühnchen Hähnchen, 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 Hähnchen Hähnchen Ich bin auf eure Kommentare gespannt Was ihr dazu sagt Wie euch das gefällt Ich hoffe mal nur positive Resonanz Obwohl Negativ wär auch nicht so schlimm Ich glaub ich werd hier nochmal einen Ne 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 Mach mal anders Mach mal den hier einfach weg Der ist einfach zu viel hier Aber den sieht man von unten, ne Aber warum ist das denn hier so Ah, ich glaub ich hatte mich hier verbaut, ne Kann das sein? Ah ne, Moment Jetzt bin ich ganz Perplex hier Ah, ich lass es einfach so Das ist ein bisschen Dann ist der eine so, der andere so Eial Eial Eial, Karl So Falls ich alle Karls jetzt angesprochen fühle Entschuldigung, bitte Ist nicht so gemeint Ist nicht so gemeint Äh, nein 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 Nein, doch Oder? Nein Doch Äh, keine Ahnung Weiß ich nicht Ähm Ähm Nein Doch Nein Doch Doch Bin mir nicht sicher Ich lass das einfach so So, da haben wir, genau Da haben wir die Flächen Und Ähm Ja, mit dem Wasser ist jetzt eben Blöd Das könnte man nur dann Wie gesagt an dem Aber hier kommt noch sowas hin Hey, ich wusste doch, dass ich noch eine Fläche hatte Nee Wie gesagt, ich könnte niemals das Lama anfahren Das Fahren Nehmen Das Fahren Das Lama das Fahren beibringen Nee Nein, Lama, nein Ähm Nein Doch So Genau Boah, diese coole Indiana Jones Musik T-t-t-t-t-t-t-t-t-t Herzlich willkommen bei QVUD Ihrem Shoppingsender Und wir bieten Ihnen heute an Leuchtstoffröhren Sie sehens Grün, Blau Weiß Ja, für 29,99 Und wenn Sie heute noch anrufen Bekommen Sie noch das Video Schwitzen mit Reflex Gratis dazu Also Beeilen Sie sich Ich gebe nicht mehr viele Exemplare So Ähm Hast du mit dem Wasser Ist schon eine geile Idee irgendwie Nur ich weiß nicht, wie man sowas baut Ich könnte mal versuchen Hier mal so eine Rinde zu bauen Ähm O-O-O-O Wo das Wasser immer aufgefangen wird Äh Ich hoffe, das funktioniert Jetzt nur mal so testweise jetzt erstmal Wenn ich Michigan Denker immer noch abreißen Ähm So Ja Tat, 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 tata hallo dahin dahin und dahin und dahin genau so und dann müssen wir natürlich da die Ränder bauen ich würde sagen wir machen das probiert das einfach mal in einer weiteren Folge aus und vielleicht kriegen wir dann sogar irgendwie so ein Wasserfall hin oder sowas aber schauen wir mal also macht's gut bis demnächst tschüss euer Reflex sagt tschüss können wir auch so machen so tschüss